jo leute was geht willkommen zum neuen video leute ja ich wollte über was sprechen leute es geht darum ich habe kein bock noch videos für euch zu machen wenn ich sie eh nicht anschaue leute weil jeden tag ich ein video mache mache ich nur noch minus abonnenten und das fuckt mich ab leute wenn ihr noch wollt dass ich videos produziere dann deabonniert mich nicht die ganze zeit und schaut endlich mal meine videos weil sonst könnt ihr euch verpissen auf meinem kanal ganz ehrlich weil ich habe keinen bock mehr für euch videos zu machen wenn ihr sie eh nicht anschaut weil früher habt ihr sie noch so oft geschaut und jetzt plötzlich ist einfach nichts mehr sorry solche leute brauche ich nicht mehr und die wo kontakt mit mir wollen die können mich gerne auf discord oder skype adden und der rest kann sich gerne von meinem kanal verpissen ganz ehrlich ich brauche nicht solche wo mein videos eh nicht schauen und das ist der meiste teil auf diesem kanal und ja folgt mir auch auf twitter und auf instagram dass ihr immer auf dem neuesten stand seid und ja ich überlege mir ob ich noch weiter mache mit youtube und noch videos mache für euch weil so habe ich keinen bock mehr ganz selig sonst bis zum nächsten mal ciao